Halten wir das Bild mal an, noch bevor es losgeht. Wunderbar. Opa Zockt und ich wünschen euch ein frohes neues Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid gut angekommen und gesund und munter. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zur 3. und 3. Folge Minecraft Travelation. Mit mir, eure Meluria und Opa Zockt. Moin moin, ich muss gerade mal schnell gucken, ob die Aufnahme überhaupt gestartet ist. Äh, 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 da, 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 nein, Enderfluid. Oh doch, verdammt, Enderfluid brauche ich auch noch. Ups, ich habe welche aus dem System genommen, es sind immer viele da. Ja, ich habe noch welche, aber ich muss, äh, naja, die habe ich jetzt irgendwie gerade ignoriert. Die Pressurize kann man sowieso aufcraften, ich meine, die brauchen wir eh nicht mehr. Ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei Stacks, äh, es geht um die Enderfluid-Leitungen. Bitte? Das hat nichts mit dem Pressurize, ich brauche Enderfluid-Leitungen. Ja, deswegen sagte ich ja gerade, die Pressurize brauchen wir nicht mehr, deswegen kann man sie aufcraften. Ich habe die gerade zwei Stacks, äh, Enderfluids hergestellt. Ja, gut, ich brauche es jetzt im Moment eh noch nicht. Gut. So, machen wir weiter. Conduits. Na, komm. Komm. Brauche ich da ab? Ah. So, sechs Stück braucht Opa. Okay. So, die habe ich auch fertig. Ich revidiere meine Aussage. Welche? Dass ich sechs Stück brauche. Wie viele? 18. 18. Okay. Ja, 18. Kein Problem. Ja. Hm, das ist ärgerlich, aber es geht nicht anders. So. Mal einmal darüber und du musst dann nach links. Ne, nach rechts. Plans Fertilizer hast du nach draußen. Oh, ich verstehe. Du hast das Haus so gebaut, dass die Dinger dann außerhalb des Hauses sind. Mhm. Äh, Planungsfehler? Nein. Ausnutzen der maximalen Größe. Wo sind noch welche? Auf der Rückseite, ne? Höchstwahrscheinlich. Hast du hier drüben schon gesetzt, oder was? Ja. Wir werden sofort fertig mit den Sätzen der Blöcke. So, fertig. Alles abgedichtet. Ja, bei mir sind sie so durchsichtig. Dann hast du den Schraubenschlüssel gerade in der Hand. Ah, mein Schraubenschlüssel hat sich umgestellt. Ja. Dann ist es normal, dass sie durchsichtig waren. Gut. Gut. Dann... Gar nicht um die Tanks weiter. Ah, ja, genau. Wir haben hier noch welche... Die Kontrolle, liebe Zuschauer. Und zwar, wir müssen ja noch die Karten reinlegen. Das war halt diesmal für Ethanol. Ich würde mal sagen, unser Nachbar hat Fun. Der hat... Das ist schon wieder Gäste. Der hat dauernd Gäste. Ethanol ist Farbe Orange. Verdammt. Was los? Vielleicht hätte man die Dinger später setzen sollen. Warum? Dann würde ich auch zumindest sehen, wo sie sind. Nimm den Schraubenschlüssel in die Hand, dann kannst du durchsehen. Oder nimm die Leitung in die Hand, dann sind sie auch durchsichtig. Oh. So, jetzt müssen wir noch Seed Oil machen, Saft, Biofuel, Sludge und XP. Dann haben wir alle Tanks auf 5 geupgradet. Alter, überleg das mal. Ich bin jetzt... Das ist die dritte Folge am Stück, die ich nur für eine einzige Ebene der Farm brauche, ne? Ja. Und ich denke mal, es wird mit Sicherheit noch ein, zwei Folgen brauchen. Ja, die Farm, das dauert ganz schön lange. Das ist ja auch eine ganz schnelle Mammutaufgabe. Energy Conduit. Oh, wir haben kaum noch Energy Conduits, die großen. Ich sehe voraus, dass wir gleich wieder flackernde Displays haben. Da muss noch ein Screen Controller ran. Äh, die Ethanol-Produktion läuft... Also, wie ist die Produktion im Betrieb? Müsste. Tank 2 hat nur 28 Prozent. Ja, ist klar. Der muss sich jetzt jetzt mal wieder auffüllen. Die Produktion muss jetzt erstmal alles anspringen. Eigentlich wollte ich damit sagen, da läuft gar nichts. Das kann nicht sein. Ja. Biomasse ist am Rödeln. Äh, Saft ist am Rödeln. Du weißt schon, dass das mal locker, damit überhaupt mal ein Prozent dahin kommt, dass das mal locker 1200 Buckets sind, ne? Ja. Die mal nicht so nebenbei hergestellt werden. Okay, wenn das so ist, dann darf man sich natürlich nicht wundern. Weil Ethanol wird ja, glaube ich, aus Biomasse. Wie war nochmal das Rezept? Naja, aus Biomasse wird... Ich hab' keine Ahnung, ist das hier Ethanol? Meine ich ja. Ich suche ja das Rezept von Ethanol. Wenn das Biomasse ist, dann würde sich wenigstens erklären, warum Biomasse am Rödeln ist. Ja, weil die die Tanks wieder voll machen muss. Mhm. Tank 1, Biomasse hat nur 30%. Ethanol, Tank 1 ist 0. Tank 2, wie gesagt, ist am Rödeln, aber Ethanol ist 0. Ethanol ist aus Biomasse, ja. Ja, okay, es ist um 1% gestiegen. Also Ethanolproduktion ist zwar verdammt langsam, aber sie läuft. Sie läuft auch vollgas, ja. Das heißt, theoretisch sollte dann jetzt auch Biomasse nicht mehr wirklich viel steigen. Biomasse ist bei 31%. Tank 1. Ja, war in der letzten Folge ungefähr bei 2, 3%. Das mit Seed-Eul-Saft wird sich sowieso gleich nochmal hin und her schaukeln, weil auch die Tanks noch aufgebaut werden. Äh, ja. Ich würde sagen, ich nehme noch ein paar Seed-Bricks mit. Endio-Leitung habe ich noch. Gut, wenn du Seed-Eul machst, dann gehen zumindest die Seeds runter. Also Kanola-Seeds, die 127.000 und die 412.000 normalen Seeds. Biomasse müsste jetzt auch ganz gewaltig genau das Weizen sinken, das ist richtig. Kanola läuft ja, ist ja schon vollgelaufen, da passiert gar nichts. Ähm, was war das noch, was du machen musst? Äh, XP und Sludge-Tank. Naja, das ist ja unwesentlich. Aber da sind wir noch mal was gesagt. Hm? Achso, äh. Ähm, 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 ähm. Food Juice. Was heißt, Äpfel gehen da noch um. Genau, Fruchtsaft. Es ist ja aktuell nur eine, äh, nur eine Apple Oak Anlage am Laufen. Aber sie läuft ziemlich gut und ziemlich, ja, ziemlich fix. Und das ohne Dünger. Und wenn die Äpfel natürlich zu wenig werden sollten, ganz klar, da muss was geschehen. Ja, aber dann wird trotzdem kein Dünger benutzt, dann kommt, glaube ich, erstmal der zweite hin. Das sowieso. Wir haben ja noch da hinten noch die anderen Farmen, die baue ich dann später, umsobald ich mit den Tanks fertig bin. Ja, wie gesagt, ähm, die können aber dann auch erstmal ausbleiben, weil wir haben aktuell 147.000, ähm, 147.000 Äpfel. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welche die nächste Flüssigkeit ist. Weißt du auswendig, welche Flüssigkeit nochmal nach, äh, Ethanol kam? War das Biomasse? Ja, ne? Ne, Biomasse hast du schon, eigentlich. Was kam nach Biomasse in meiner Reihenfolge? Äh, muss ich gucken. Aber ich stehe ja gerade mal in meiner Werkstatt. Das ist kein Problem. Biomasse. Biofuel. Ja, Biomasse. War das Seed Oil, ja, ne? Aber ich muss jetzt mal ganz kurz hier. Also ich brauche die Display-Reihenfolge. Ethanol, Biomasse. Genau, dann ist es Seed Oil. Ja, ist es gut. Seed Oil. Dann brauche ich jetzt den Seed Oil Tank auf. So, und ich habe jetzt hier mal wieder ein paar Kapazitoren. Das reicht mal eben locker für 224 Batterien. 244. 224. 224, okay. Nehmt ja so langsam, aber sicher unserer Batteriehaus hier auch gestaltet an. Zufriedener kann man gar nicht sein. Oh, nicht schon wieder so ein Mob. Ich habe gedacht, ich hätte alles ausgerechnet. Wo kommt der denn schon wieder her? Ich muss den weglotsen. Ja, liebe Zuschauer, das ist immer noch die gleiche Aufnahme-Session. Wir haben noch diese Zombie... Äh, Quatsch, Zombie. Wir haben noch diese, ähm, ja, Köbels-Apokalypse, sage ich mal. Das heißt, das Spiel nippelt ab, wenn wir irgendwie was mit diesen Viecher-Koppen machen. Oh, ich darf. Ich muss aufpassen, dass ich, äh... Oh, ne, Quatsch, ich kann alle Kapazitobanks sitzen. So. Ich habe natürlich vergessen, jetzt mal mir zu merken, ähm, die wievielte Reihe Kapazitobanks das hier mittlerweile schon ist. Das hätte ich vielleicht mal machen können. Lässt du jetzt einen Gang frei für, äh, für die, für die untere Ebene, dass man quasi durch die Batterie durchlaufen kann? Ähm, aktuell lasse ich den noch frei, aber ich bin mir noch nicht so gut. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich den dauerhaft freilasse oder ob ich den dicht mache. Ich würde den freilassen. Es sieht gleichermaßen cool aus, wenn man durch die Batterie durchläuft. Man kann auch zum Beispiel eine Art Gläsertunnel in dem Batteriehaus machen mit Displayanzeigen. Ne. Das kostet Platz, was wir für Batterien brauchen. Na gut, ich dachte, das Haus wäre sonst groß genug für Energiespeicher. Da gehst du nie wieder rein. Ne, das ist richtig. Weil sämtliche Displays hast du hier im Haupthaus. Ja, aber ich mache auch trotzdem Zwischendisplays. Zumindest für die Tanks. Dass wenn du hier unten bist, weil hier unten bist du ja auch oft genug in Erwartung. Nö. Wie gesagt, wenn ich das alles aufgebaut habe und alles läuft, dann kannst du unten Bettdruck setzen, da wirst du nie wieder reingehen. Okay. Weil wenn es läuft, was willst du denn da noch? Ja, dann kann ich die Displays immer noch wieder abruppen. Aber so wäre es gut, wenn man einen Zwischenstand messen kann. So, jetzt müssten wir theoretisch auf 4% sein. Das war nicht geplant. Ja, 4%. Immer noch 92 Milliarden RF. Nö, ist valid. Sehr gut. Ne, ist nicht sehr gut. Das Ding soll endlich leer werden. Damit ich den Speicher abruppen kann. Für die Energie ist es sehr gut, aber leider nicht für unser Vorhaben. Okay, Biomasse steigt doch. Ja, und wir wissen ja leider immer noch nicht, ob die Energie flöten geht, wenn wir den Kern abbauen. Meine Vermutung ist, sie geht flöten. Ja, natürlich. Wobei du den Hauptkern abreißt, ist es feierabend. Das dürfte ähnlich sein wie bei Tinkers Construct. Wenn du da den Zentralkern abreißt, ist der Inhalt gelöscht. Richtig. Du kannst jeden Block abreißen. Nur den Kern darfst du nicht abreißen. Richtig. So, du bist der Plant-Zooa. Du darfst Insert Priorität 2. Insert Priorität 2. Oh, das war der falsche. Insert Priorität 2. Jetzt stellen wir alles ein. Und dann können wir denen eigentlich manuell schon Karotten geben. Dass die hier schon mal anfangen, zumindest die Karotten schon mal anzupflanzen. Müssen wir halt noch von Hand ernten aktuell. Aber jetzt so nach und nach wird dann aber auch das Ding hier angeschlossen. Dann muss man ganz kurz bei mir muten. Moment eben. Wenn so die 2. Wenn so die 2. Dann hast du, du bist aktiv oder was? Bist du aktiv oder bist nicht aktiv? Okay, dann würde ich sagen. Ich brauche neue Blöcke. Ich habe so viele Blöcke mitgenommen. Die Blöcke reichen nicht. Das ist doch immer dasselbe. Man braucht was und es reicht nicht. Ach so. Ja, ich sollte jetzt vielleicht auch dann die Energie anschalten. Gleichzeitig die Displaykarten mit. Ja, genau. Nee, kannst du vergessen. Ja, ist richtig. Aber es will meinen Computer neu starten, hat er gesagt. Ich weiß gar nicht, warum aber es immer noch andere ist. Ja, ich habe das bestimmt schon 2 oder 3 mal deinstalliert. Und trotzdem... Kommt darauf an, welches Programm dir die liefert. Du kannst auch ein Werbeprogramm installiert haben. Nö, habe ich nicht. So, Karotten sollten jetzt da oben... Wo ist mein Loch, damit ich hinten... Da ist das Loch. Ich hätte vielleicht das andere Ding nehmen sollen zuerst. Ups. Ja, schau mal an. Da sind Karotten. Die jetzt anfangen zu wachsen. Das ist doch sehr schön. So, der nächste Tank ist fertig. So, du brauchst... Weißt du, welche Mod die manchmal praktisch wäre? Kennst du noch aus den Void-Welten diese Mod? Du drückst einen Knopf, hältst... Dann maust du ab und alle gleichen Blöcke werden mit einem RUB abgebaut? Ähm... Ex... ...Cruvator? Ja, ich glaube, so hieß sie. So, also diese Mod wäre jetzt ungemein hilfreich. Besonders, wenn du Leitungen abreißen willst. Oder hat man hier nicht so was Ähnliches drin? Keine Ahnung. Du sollst insert channel grün. Du... Du sollst da keine Leitung dran bauen? Da war doch was. Da fehlte noch eine Leitung. Ups. Fertig. Insert channel grün always active. Eigentlich solltest du dort jetzt... Habe ich hier so... Extract Speed Upgrades. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Noch eine Tausche Liefer, bitte. Do, Extract, Always Active, Disabled, Disabled. Achso, und? Okay. Ja, ist ja gut. Dann packe ich halt 15 da rein. Meine Güte. So, hier. Dann kriegst du halt 15 Extract Speed Upgrades. Man. Deine Anlage etwa eine Luxus-Queen? All is active. Insert. Conduit. Irgendwas passt bei mir nicht. Irgendwas fehlt an den Einstellungen. So, du bist der Fertilizer. Richtig. Du hast insert grün. Ja, alles gut. Okay, dann muss es in irgendwas anders liegen. Okay. So, Biofuel wird auch noch nicht abgezapft. Genau. Oder was war das jetzt zur Flüssigkeit? Das war jetzt Seed Oil. Genau, Seed Oil wird auch noch nicht abgezapft. Man sollte die Item-Konto jetzt da auch anschließen, ne? Hast du nicht gemacht und wunderst dich, dass es nicht funktioniert. Überleitung belegt, außer nicht zum Hauptsystem. Also alles untereinander ist wunderbar verbunden. Nur halt zum Innend. So, und jetzt solltest du hier... Jetzt hast du Fertilizer drin. Das heißt, die liebenden Karotten können jetzt... So, hier kann jetzt Opa auch rein, also bauen, wenn er wollen würde. Hier, ihr soll Karotten ernten jetzt hier. Opa, wusstest du eigentlich schon, dass du auch mit den Ender-Fluid-Konduits mehrere Flüssigkeiten anschließt? Also du kannst über eine Ender-Leitung mehrere Flüssigkeitstanks anschließen. Das weiß ich. Dann ist gut. Weil es ist ja dieses Geile mit den Farbkodierungen. Soll ich es dir zeigen? Wie, wo? Wo bist du gerade? Bei der Tankebene. Dann flieg mal nach Norden raus. Richtung Fahrstuhl oder was? Ja, ich komme hier vorne nachher. Guck mal hier. Nein, nach Norden. Das ist nach Norden. Okay, du hast die andere Karte. Dann nach Süden. Süden, ja. Wie, ich habe eine andere Karte. Meine Karte ist invertiert. Warum das? Hier, komm her. Komm, hier. Hier, hallo. Guck mal, siehst du diese Leitung hier vorne? Die Leitung da hinten, ja. Ja, warte, bei mir liegt die Map gerade nicht. Ja, ich habe hier leider ein schwarzes Nichts. Rück mal F3 und A. Mach ich lieber nicht. Okay, also du siehst, das ist Chunk Neuladen. Nee, lieber nicht. Also du siehst, da hinten hier hinten. Ja, ja. Guckst du hier? Ja, ja, sehe ich. Lila. Lila. Die Leitung geht hier raus. Geht hier hinten rum. Geht hier lang. Irgendwo. Kommt irgendwo hier hinten aus der Wand raus, dachte ich eigentlich. Ja, kommt sie auch. Da hinten aus der Wand kommt sie raus. Ah, genau. Hier kommt sie raus. Und geht hier lang. Geht hier lang. Geht hier lang. Geht hier lang. Und guck mal. Ach, du warnst es nicht. Und hier geht es nach oben in das Generatorenhaus. Und von hier von rechts kommt die da hinten Lava-Leitung, die von da hinten kommt. Aha. Und deswegen gehen beide Leitungen halt hier oben rein. Sehr gut. Ist zwar eigentlich ein bisschen zu easy peasy gebaut, aber es ist eine praktische Funktion eben. Und letzten Endes doch wieder performant-freundlich, anstatt 100 Leitungen zu legen. Und das ist mir auch vollkommen egal. Ja, die ist es egal. Mir nicht. Was denn? Warum? Ach so, okay. War nur ein Anzeigefehler. Ich habe mich gerade gewundert, warum mein JetPick auf einmal 99 Prozent? Ich dachte, meine Batterie ist wieder sehr. Meine hat 98 Prozent. Meine Batterie muss leer sein. Meine Batterie hat nur noch fast 8 Minuten drauf. Mein hat noch 25 oder so. Passt das noch ohne Probleme. Oh, jetzt habe ich 100 Prozent. Welche Codefarbe hast du für Seed Oil vorgesehen? Für was? Für... Äh, nee, warte. Ich bin ver... Äh? Ach, das ist... Ups, ich bin verrutscht. Welche Farbe Ethanol? Welche Codefarbe? Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir erst sagen, wenn die Generatoren-Ebene gebaut worden ist. Oder dann werde ich schon mal Anschlüsse wenigstens soweit vorbereiten. Aber nicht anschließen. Brauchst du dich. Das ist einfach erstmal auf grün. Ich habe noch nicht mal... Ich habe noch nicht mal was angeschlossen. An den Drains. Ja, dann kannst du auch sein lassen. Muss nicht unbedingt. Habe ich auch schon gemacht. Ich schließe nur nicht an. Ich lasse nur oben rausgucken, dass du weißt, wo die Leitung ist. Ich habe noch nichts eingestellt. Nur, dass du Bescheid weißt. Die Leitung hängt raus, aber nichts eingestellt. So, habe ich dich jetzt eingestellt? Doch. Euch habe ich also auf Priorität 2 eingestellt. Das heißt... Welche mache ich für Seed Oil? Ich habe was vergessen. Was denn? Ich muss... Ich muss hier immer noch die Range of Grades reinpacken. Dann funktioniert das Ganze gerödel auch. Aber warte mal, habe ich bei den Fertilisern... Oh, doch habe ich Speed drin. Okay, bei den Gesserern darf... Also, Verteleiter darf... Gesserer darf kein Speed. Er darf nur Range rein. So, jetzt schließe ich die Nächsten an. Verteleiter... Oh, ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar. Ja, das ist das Problem. Weil ja leider die Dingens nicht benutzt werden darf. Ja, ich habe trotzdem immer so... Sobald die Szenerie vorbei ist, werde ich die auch wieder schön benutzen. Zumindest nur, wenn es notwendig ist. Ja, wieso? Ich sage mal so... Das Inventar lehren ist ja kein Problem. Wie lehrst du das Inventar? Ender weg. Achso. So machst du das. Da ich nicht weiß, wo mein Ender weggeblieben ist... Ich habe das eigentlich nie weggeschmissen. Aber es ist trotzdem weg. So, Gezawa... Range. 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 Gnau. Gnau. Jetzt... Ich sollte vielleicht die ganzen Geschichten die ersten mit... Oh, shit. Mit... Oh, jetzt ruckelt es gerade ordentlich. Ja, ich weiß nicht wieso. Es ruckelt, sobald der Fahrstuhl Erdgeschoss anfährt. Im Haupthaus. Ich weiß nicht warum. Der Fahrstuhl scheint irgendwie in dem Haupthaus ein Problem zu haben. Range. 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 Gut, ihr seid eh noch nicht alle angeschossen. Ja. Oh, Moment. Doch. Hast du Range? Du solltest eigentlich schon Strom haben, ne? Du hast doch schon Range upgrade. Okay. Moment. IOMS. Seed Oil. Range. muss irgendwas schief gelaufen sein. Yes. Jetzt geht's los. Karotten. Jawoll. Tank 4 und Tank 5 laufen nicht voll. Ich muss gucken, was da schief gelaufen ist. Vielleicht nicht auf Always Active gestellt? Doch, hatte ich, soweit ich weiß. Aber ich muss es nochmal nachprüfen. was er vor mir da gehen. Ja. Oh. Ich werde. Ich werde. was da이 legit. Ich werde. Emachen beard nuevo. Always active. Merkwürdig. Ja, und ich wundere mich auch gerade, warum der Gatherer dort... Achso, den Gatherer habe ich noch nicht eingestellt gehabt. Ja. Das ist in der Tat merkwürdig. Always active. Always active. So, und jetzt sollten die Karotten... Ja, schon wieder eine zu hoch. So, die Karotten sollten jetzt hier in der Farm hier vorne zumindest volllaufen. Oh. Ups. Fehler gefunden. Wer da wäre? Falsche... Falsche Pole-Einstellung. Ja, Cito ist bei 7%, 8%. Sind die gerade alle an? Jetzt läuft's. Hä? Es läuft ganz schön langsam. Wir gehen gerade am Schauen. In dem mittleren... In dem mittleren Anschluss müssen immer 15 Extraktions-Upgrades rein, ne? Sonst funktioniert's nicht. In dem mittleren Anschluss? Ja. Welchen mittleren Anschluss meinst du? Achso, du meinst... Ah, das meinst du. Aber ziehst du nicht über 3 raus? Richtig. Aber 3 reichen nicht. Du musst... 2 ohne... Und der mittlere muss 15 Speed-Upgrades rein kriegen. Okay, das hab ich jetzt... Okay, das hab ich jetzt nicht bedacht. Sonst funktioniert das System nicht. Dann muss ich das... Also bei jedem Tank, ne? Jeden Tank-Extrakt. Ja, jeder Tank braucht in der Mitte 15 Extraktions-Upgrades drin. Ah, das ist klar. Das werde ich dann nachrüsten. So, das heißt, die Seed-Oil-Anlage sollte jetzt anspringen. Dann... Muss theoretisch jetzt... Einer von beiden Seeds müsste jetzt leerlaufen. 122.000... Oh ja, Canola-Seeds laufen grad leer. Okay, er verarbeitet grad Canola-Seeds. Ach, ich wollte nochmal nach Karotten gucken. Wow, weißt du, wie viele Karotten wir im System haben? Wie viele? Eine. Eine. Wow, das ging schnell. Na gut, er feedet sich jetzt natürlich erstmal selber. Ah, nee, Quatsch. Der feedet sich selber. Und wenn er sich selber gefeedet hat... Dann macht er, glaube ich, hier unten, habe ich das, glaube ich, sogar schon eingestellt, dass der hier unten, ähm... Karotten empfangen darf, glaube ich, die Kiste ist voll mit Dings, du bist die Kiste voll mit Lapis. Okay, es sieht schon besser aus. Okay, es sieht schon besser aus. Jetzt funktioniert es richtig. Ich habe es tatsächlich nicht eingestellt. Okay, dann ist das in Ordnung. Dann müsste im System... Dann Karotten gleich ankommen. Sollen die Flüssigkeit läuft auch schon mal. Seed Oil ist schon mal gelöst, das Problem. Aber ich würde sagen, wir machen mal Feierabend für diese Folge. Ach, müssen wir schon. Ja, müssen wir. Das war es für diese Folge. Wir haben Spaß genauso wie ihr. Wir sehen uns zur nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschö. Tschüss.